Hallo, ich bin Tim und du bist vermutlich verwundert, so ein Video zu bekommen. Ich bin Finanzcoach oder Vermögensberater und begleite die Person, die dir dieses Video geschickt hat. Und diese Person ist der Meinung, dass es für dich ein Vorteil wäre, wenn wir beide uns mal kennenlernen. Vielleicht denkst du jetzt, da geht es doch bestimmt um den Abschluss einer Riester-Rente oder eines Bausparvertrages, eines Fonds, einer Haftpflichtversicherung oder einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber wir werden uns hauptsächlich über ganz andere Dinge unterhalten. Bei Firmen sagt man, der Gewinn liegt im Einkauf. Bei privaten Haushalten liegt der Gewinn in der richtigen Konsumstrategie. Also, dass man zum Beispiel den Konsum von den restlichen Ausgaben trennt. Und zwar sowohl Konten als auch kopfmäßig. Und schon nach kurzer Zeit wirst du feststellen, dass du bessere Urlaube machst, dass du mehr Rücklagen hast, dass du mehr Vermögen aufbaust und dass du eine bessere Altersvorsorge hast. Dass du also beruhigter in deine finanzielle Zukunft blicken kannst. Du findest, das klingt ungewöhnlich? Ja, das kann sein, aber das ist so ein Video ja auch. Wir schauen uns gemeinsam deine Verträge an und was gut für dich ist, bleibt. Und was schlecht für dich ist, fliegt raus. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, deine Finanzen neu zu strukturieren, besser zu strukturieren, dann melde dich mal bei mir. Meine Kontaktdaten findest du am Ende des Videos oder auf meiner Facebook-Seite. Alles Gute! !